eine ganz kurze information meinerseits ihr wollt wahrscheinlich auf das eine oder andere lösückland video warten die kommen auch heute alle versprochen aber etwas später ich sehe das hier es ist guck mal hier praktisch noch der freitag ich gehe jetzt dann gleich ins bettchen also gerade ein paar wunderbare aufnahmen mit dem kollegen sachs netzplayer und werde mich jetzt dann verabscheuen deswegen ich die videos für euch morgen ganz frisch produzieren werde vielleicht mache ich auch am nachmittag ein großes video weiß ich noch nicht aber es kommen auf alle fälle die gewünschten drei folgen mittags also morgens mittags wahrscheinlich nicht weil da muss ich noch ein bisschen arbeiten aber für den nachmittag auf alle fälle werde ich euch schön drei folgen raushauen bitte verzeiht mir dass ich bin echt fertig mit der welt es ist einfach so heiß und deswegen bist du einfach teilweise erschöpft und ja das war es im allgemeinen noch zu sagen was sind hier noch offen ach hier noch instagram gedöhnt hier gedöhnt da könnte übrigens hier voll und gedünsen weil der kollege box ist auf der farmcon da wird er bestimmt ein paar nice shots machen die er dann auf instagram hochlädt wer zu empfehlen gut wir sehen uns auf alle fälle heute oder heute also am samstag im laufe des tages zu weiteren folgen gelösung laden ich freue mich darauf bis dahin macht es gut schütten Vielen Dank.